Als dicker Johnny in der Kinoreihe Eis am Stil ist Sachin Neu in den 70er Jahren international bekannt geworden. Jetzt wird er auch als Sänger auf, wie gestern in einer Grazer Brauerei. So wie seine Fans ihn aus den Eis am Stil Filmen kennen, lustig und im Stil der 70er Jahre, so wurde auch gefeiert. Sachin Neu ist den Steirern noch gut als tollpatschiger, dauerverliebter Teenie in Erinnerung. Der mittlerweile 58 Jahre alte Schauspieler hat aber auch Musical-Erfahrung und will jetzt eine zweite Karriere als Sänger starten. Das Lied ist über Eis am Stil, ich bin der dicker Johnny und ich verteile Eis für alle. Und das Lied, diese Musik und das Chorus, das ist so lustig und so toll von Tempo. Ich glaube, das wird ein Hit. Geschrieben wurde das Lied übrigens von White Star-Legende Walter Reischel. Bei der Party wurden auch Eis-Lutscher ins Publikum geworfen, was für Sachin Neu versehentlich fast ins Auge ging. Wenn der Song ein Hit wird, plant der fröhliche Eis am Stil Kultstar übrigens fürs Frühjahr ein...